Tschüss! Mein Name ist Daniel, ich bin 16 Jahre alt und was ich gern mache ist Skateboarden. Ab und zu mache ich auch mit meinen Freunden eine Lernparty. Also wir stellen alle unsere PCs zusammen, machen ein Netzwerk. Ich lese auch gern. Hauptsächlich Science Fiction und Fantasy. Ich wohne in einem kleinen Dorf in der Nähe von Rottenburg. Zusammen mit meiner Oma, meinem Stiefvater, meiner Mutter und meiner kleinen Schwester. Ich möchte zur Polizei. Das ist einfach für mich der absolute Traumjob. Denn da habe ich eine sichere Arbeitsstelle und außerdem gibt es immer mehr Fortbildungsmöglichkeiten. Und es wird niemals langweilig. Ich höre ausschließlich Metal. Metal und Rock, das hat Tradition. Und ich finde, es sollte auch noch lange erhalten bleiben. Die Anke Die Anke Die Anke zu mir frei, wer kann sie erwarten? Sie fliegen vorbei, wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen. Mit Pulver und Blei, die Gedanken sind frei. Meine Oma ist 69 Jahre alt. Sie war früher ausschließlich Hausfrau, hat aber auch als Putzhilfe in Finder geschafft. Das war so ein Chemiekonzern. Meine Oma ist im Zweiten Weltkrieg aus Ungarn nach Deutschland geflohen, hat dann meinen Großvater kennengelernt, der aus Pommern hierher kam. Die zwei haben sich auf Anhieb verstanden, hat sie mir erzählt, und haben dann geheiratet. Sie hatten dann zwei Kinder, meinen Onkel und meine Mutter. Meine Oma bedeutet mir wirklich viel. Und wenn sie nicht mehr da wäre, das wäre wirklich schlimm für mich. Die Aufnahmen zu diesem Film entstanden in den Sommern 2004 und 2005. Um die unvermeidlichen Zeitsprünge deutlich zu machen, sind die älteren Aufnahmen in schwarz-weiß gehalten. Die Lebens- und Krankengeschichte der Alzheimer-Patientin Oma Anna ist nicht stellvertretend für alle Demenzkranken. Gezeigt wird nur ein Abschnitt im gesamten Krankheitsverlauf. Meine Oma ist 69 Jahre alt. Sie lebt mit mir in einem Haus und sie hat Alzheimer. Guten Morgen. Hast du gut geschlafen? Ja. Komm. Vor sechs Jahren wird es so angefangen haben. Mein Großvater hat auch noch kurz vor seinem Tod gesagt zu meiner Oma, du wirst immer komischer. Und ich denke, damals hat sich schon ein bisschen geäußert so. Gib mal deine Zähne raus, nun können die einweichen. Ja. Warte schon. Heute Nacht hast du gut geschlafen? Ja. 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 Kannst du gar nicht glauben, heute Morgen? Ja. Super. Dass meine Oma krank ist, habe ich überhaupt nicht erkannt. Meine Mutter ist eines Tages zu mir hergekommen und hat mir gesagt, ja, deine Oma hat Alzheimer. Ich meine, wir haben alle vorher schon gemerkt, die ist ein bisschen komisch, wird in letzter Zeit vergesslicher. Noch mal ein bisschen mehr nach hinten, sonst geht es dir in die Augen. Ja, dass einfach irgendwas nicht stimmt, aber dass es jetzt Alzheimer ist, da bin ich überhaupt nicht drauf gekommen. Und die Krankheit äußert sich dadurch, dass man einfach im Anfangsstadium vergesslicher wird. Und dann verliert man langsam so seine Fähigkeiten, also alltägliche Dinge. Es fängt damit an, dass man die Kaffeemaschine nicht mehr bedienen kann. Dann weitet sich aus, dass man Sachen verlegt und auch nicht mehr wiederfindet. Man kann das Telefon nicht mehr bedienen. Und schließlich kommen so alltägliche Dinge wie beispielsweise Zähneputzen, Anziehen, die Haare cremmen. Das funktioniert einfach alles nicht mehr. Das funktioniert einfach alles. Untertitelung des ZDF, 2020